Und dann herzlich willkommen zurück zu WayOut mit Kaden und mir, Micky und das ist die Krankenhaus-Folge, wie sie Kaden gerade nennt. Wow, das haben alle mitbekommen. Ja, wenn ich's davor schneide, dann vielleicht schon. Das stimmt, das ist richtig. Weil ich hab's so meine Aufnahme. Oh, da liegt ne Zeitung über uns. Oh, ungünstig. Ja. Ähm, das ist doch mal. Hat keiner gesehen. Wir schauen uns erst unbefeucht mit der Schwesterrede, weil ich glaub, die wird uns dann hinschicken. Was ich übrigens beim letzten Mal noch anmerken wollte, im letzten Part, ich find's irgendwie... Spielspiel? Oh. Red zu Ende. Ich find's irgendwie total schön, ähm, was, was Leo für ein Familienmensch ist. Ja, das ist richtig. Also, dass er halt, dass er wirklich sofort reagiert, wenn er sagt, hier, das ist deine Familie, da musst du dich drum kümmern. Ja, hieß die Familie. Ja, ähm... Ja. Huch, verdammt, du dich gar nicht. Scheiße. Ähm... Das hab ich schon ewig nicht mehr gespielt, meine Fresse. Ähm... Ich find's schön, dass immer so kleine Gegeneinander-Dinger hier drin sind. Ja. Oh, danke. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Oh, der Scheiße. Geh nochmal. Oh, Gott. Hehehe. Hehehe. Warum fängst du eigentlich immer an? Ich weiß nicht. Weil ich Leo bin. Ich merk schon, dein Name ist kürzer. Nee, du bist die Jüngere, das ist es Man lässt doch immer die Jüngeren anfangen Stimmt So, keine Ahnung, was ich hier tue Ich weiß nicht, was du tun Das sind nur drei, das reicht nicht Ich weiß Das ist mir schon aufgefallen, keine Sorge Das ist mir ein englisches Spiel Ich glaub's auch Ich wusste, was du So Ich weiß, was ich nicht sehe, was du nicht siehst Keine Ahnung Hier ist mich Was, was, was Was, wie, wer, wo Was, was Schwierig Ich muss mich verklicken Verdammt Ich dachte, das hält dich auf Weißt du, du hättest jetzt gerade gewinnen können, du hättest die reinwerfen müssen Ah ne, doch Schwierig Du hast mich jetzt zum Gewinnen gebracht Ja, stimmt Scheiße Ich hab, verdammt Irgendwas im Hintergrund sah so aus, als ob das schon ein Ding drin wäre Fuck So, wollen wir best of free machen, eins noch? Okay, eins noch Okay Hey, ich fang an Ach, der Verlierer fängt an Ah ja, okay Gott, ich hab mich verguckt Ich dachte, irgendwie, da wär schon eine drin Und dachte, du hättest da eigentlich jetzt gewonnen, wenn du da reinlegst Ha Verdammt Ich war ausgetrickst Ich hab mich selbst outplayed Was war das für ein Muster? War das auch? Jetzt musst du mich drisch bleiben Sind, 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 sind das jetzt schon vier Das ist ein Muster Ähm Schwierig Ich weiß, dass ich da jetzt auch reinlegen werde Nein Ach, verdammt Ich hab mich verklickt Da wollte ich gar nicht rein Äh Gott, jetzt kein Scheiß Scheiß machen Hier muss ich rein Ah, verdammt Ah So So Ich mit mir Nicht mit dir Ich wollte zuerst was anderes machen, um dich unter Druck zu setzen, aber ich dachte mir, das mach ich nicht Hm, okay Jetzt hab ich dich verwirrt Just make your move, Einstein Genau, mach deinen Zug, Einstein Schneller Mach keine Hektik Mach keine Hektik Ähm Warte Oh, eigentlich ist es hier eigentlich gar nicht mal so schlecht Fuck Ich seh schon, warum Oh nein, das geht ja nicht Das geht gar nicht Das geht nicht Nein, das geht auch nicht Aber das geht auch Das ist auch Das ist alles kacke Ja Kann ich dir wenigstens ein Selfie machen, Mario? Okay Nein Einfach so, einfach ganz dreist Oh Gott Ey, das ist doch kacke Ah Ah, schon wieder Ich dachte schon wieder, dass hier in der Reihe, der nicht einer, sondern zwei drin sind Das ist an einem Grund Okay Ich hatte gerade schon wieder Naja, egal Ähm, das ist alles Machen wir das hier Ich seh schon, das wird unentschieden Oh nein, wird's nicht Einer gewinnt Einer muss gewinnen Mal sehen Nein Nein, nein, mein Freund Oh, ich bin so glücklich Ich hab drei Plätze hintereinander, wo ich gewinne Deswegen kann ich da einfach durchspielen Ich hab's nicht mal gesehen, was du jetzt wieder gemacht hast Schau's dir in der Aufnahme an Ja, hey, wir haben besser auf Viertel gesagt Wir müssen mal was anderes tun Ich hab das jetzt gar nicht gesehen Schau's dir in der Aufnahme nochmal an Ich hatte da drei Plätze, wo ich gewinne Und dann dachte ich mir, ach komm, da schwimmen wir es jetzt einfach runter In der Stelle Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Was ist falsch mit dir? Es tut mir leid, es tut mir leid Es tut mir leid, es tut mir leid Ich hab das gemacht Warum würde ich es fakingen? Mehrfach Einkaufsbolzen, natürlich Fuck you Natürlich. Problem. Er denkt, ich mache all diese Sachen. Kannst du es glauben? Ja, ich kann. Vielleicht solltest du es auch glauben. Du bist wie alle anderen. Lass mich allein. Mom, ich mag dich hier nicht. Das schreckt mich. Du hast die erste Mal im Krankenhaus? Ja. Hm. Oh. Oh, okay. Entschuldigung, Herr. Entschuldigung? Entschuldigung, wo ist der Krankenhaus? Du bist in der Krankenhaus. Ich bin? Hm. Ich finde ich. Entschuldigung? Ich mache mich sehr einfach. Die Doktorze sagen, ich bin schädig. Das ist einfach eine Art von sagen, dass du alt bist. Das ist genau das, was ich sagen würde. Du hast einen schönen Tag. Du auch. Du bist wie gut. Du bist wie du durch die Höhe und zurück bist. Wir waren in einem Auto. Ein Auto? Ein Auto? Du bist gut? Ja, ja, ja. Wir beide sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Ich werde gut. Das ist gut. Du kannst es hören, Frau. Ich denke, sie hat ein Punkt. Danke. Hinten? Das hier sieht mir noch was schön aus. Ah, da, hast recht. Sind voll dabei gelaufen. Da. Tadaa. Daddy is here. Achso. Dann fühlst du mal so eben aus. Wait. Ja bitte. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah. I don't think so. Hm. Okay. Whatever. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Oh. Ja, ich glaub... Eben. Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Können wir uns überhaupt herausreden, Sinfo? Wollen wir's probieren? Das ist eine andere Frage. Das stimmt. Ehrlich gesagt, mir würde es eher interessieren, wie er sich herausreden möchte. Muss ich sagen. Stimmt auch. Das ausschlagen funktioniert, das denke ich mir. Aber wie funktioniert herausreden hier? Das interessiert mich grad. Es ist wahrscheinlich ich. Es ist? Ja, ich bin viel hier. Ich... Oh. Ich habe diese Krankheit. Die Doktor können... Oh. Okay. Aber... Ja. Ja. Du musst nicht über das worrychen. Sie denken nicht, dass es beeinflusst ist. Es ist okay. 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 Well... Das ist mein Platz. Also... Okay. Take it easy. Nice. Ich weiß. Wir versuchen dich zu sehen, Baby. Wir sind nervös. Entstanden. Ich war nervös auch. Aber keine Angst. Ihr wird gut. Danke. Danke. Wo können wir hier wieder rumspielen? Balancieren? Balancieren? Was macht er hier? Sie raucht. Oh sie. Oh sie. Das ist mein Platz. Du denkst mal kurz bevor du deine große Mache öffnest. Ja, du denkst das. Aber mit mir zu wissen, das ist das Problem nicht passiert. Nochmal. Was? Moment. Ich hab's doch nicht ganz groß. Wahrscheinlich nicht Krebs. Genau. Alright. Das ist Spaß. Ja, ich bin wirklich gut an das. Huch. Okay. Nochmal. Ah, okay. Moment. Ah. 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 Was zur Hölle ey. Ah. Ah. Das ist nicht schön warum ich heute nichts anderes außer auf Minispiele spielen. Ah. Ah. Das ist das bessere Spiel. Ah. Spiel im Spiel. Ah. Fuck. 42. Ne damit bin ich zufrieden mit der Zahl. 42 ist die Antwort auf alle. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig zufrieden. Tschüss. 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 Hey, bist du nervös? Kannst du nicht alles hier? Ich rede mal mit den Leuten. Ach, das ist normal. Was passiert hier? Ah. Die Blut hat ausgelöst. Das ist die dritte Mal dieses Wochenende. Problem mit dem Wirring? Nein, das Wirring ist gut. Ich denke, es ist ein Geist. Was? Was? Ah. Don't listen in. Trust me, okay? It's not a ghost. How can you be so sure? I've seen them a lot of time. Whatever. Just be careful up there. Yeah, I know. Ghosts can be dangerous. And so can electricity. Can you see what I have to deal with here? Schnauze, meinst du? Ja, ja. Ganz viele, die einfach bloß... Schnauze haben. Meine Hände sind noch total verspitz gerade hier. Yeah, yeah. Hallo Bett. Hey, du. Du, du hast einen Drinkin-Type. Hast du nichts mit dir? Selbst wenn ich so, ich würde dir nichts geben. Komm schon, Mann. Du brauchst einen Doktor. Ja, das ist eine großartige Idee. Doktorien haben viele Dinge, die ich kann aufhören. Oh mein Gott, das ist wirklich gut. Wir reden mit einer der Universität. Danke, Mann. Das ist wirklich nicht das, was ich meine. Moment. Don't worry. Ich will niemandem sagen. Lass mich wissen, ob du einen Doktor oder einen Nürzern siehst. Was? Ich hatte die Mondlandung an. Ach so, oh, Mondlandung, Moment. Lass das mit schauen. Jetzt ist die Wiederholung. Wunderbar. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Oh, die Schwanger. Wunderbar. Wunderbar. Was hast du aufhört? Ein Junge? Eine Junge? Eine Junge? Eine Junge? Wer will einen Junge? Das ist das gleiche, was meine Mutter gesagt hat. Bis sie dich hatte, glaube ich. Nein, sie hat es eigentlich immer gesagt, bis sie die Zeit, die sie sterben hat. Das ist, warum ich eine Junge haben möchte. Wunderbar. Ich will nicht sehen, dass du es nirgendwas sagen. Oh. Entschuldigung, Ma'am. Meine Frau hat ein Baby. Was ist der Name, bitte? Uh, Carol. Already? Bereit? Genau, folge mich, Herr. Danke. Nein, ich werde jetzt ausgeblendet. Oder? Wahrscheinlich. Hey, Leo. Du kommst? Hey, Leo. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Ich hab... Ich hab noch wichtigen Kram zu tun. Frech ab. Ja, jetzt hast du es ja. Jetzt komm her. Ja! Was? Du bist Oma geworden. Was? Ich hab verstanden, du bist Oma geworden. Nein, ich hab auch mal gewonnen. Ach, auch mal gewonnen. Aber ich würde sagen, dass wir hier mal schon wieder mal stoppen können. Ach so, oh Gott, stimmt. Und dann diese Cutszen beim nächsten Mal anschauen. Jo, können wir machen. Dann war's das von The Way Out. Die vierzehnte Folge, wenn ich das glaube nicht richtig im Kopf hab. Ja, gar kurz, ey. Und... Tschüss, bis dahin. Tschüss. Tschüss.